Hallo, ich bin Dean Martin und ich habe ein ganz tolles Angebot für Sie, wirklich einmalig. Ich möchte Ihnen diese vier hübschen Damen vorstellen, mit denen ich gefilmt habe und Nigel Green in dem neuen Matt-Helm-Abenteuer Rollkommando. Ich darf Ihnen also vorstellen Elke Winter, Elke Sommer, Verzeihung, Elke Sommer und Teddy Sharon Tate, meine Mitarbeiterin. Und das ist Nancy Quark, die niemals die Milch sauer werden lässt. Und als vierte, ich nehme es an, Tino Rossi, äh, Tina, Tina Louise. Das ist ein Film der harten Schläge und reifen Furcht. Oh, ich war ja schon in vielen Quartetten das fünfte Rad am Wagen. Also Elke Sommer, Sharon Tate, Nancy Quark und Tina Louise. Doch so hübsch diese vier jungen Damen aussehen, sie haben eine Art, einem das Leben zur Hölle zu machen, und das grenzt schon beinahe an Artistik. Und jetzt sollen Sie mal sehen, welchen Gefahren man sogar beim Golfspielen ausgesetzt ist. Achtung, Salve, Feuer! Eine Billion Dollar in Gold auf dem Weg nach London wurden aus einem Zug in Dänemark geraubt. Wir dürfen kein Aufsehen erregen. Die Sache muss ein Mann im Alleingang übernehmen. Jetzt lass mich mal raten, wer dafür in Frage käme. Können wir jetzt unsere kleine Unterhaltung anfangen? Legen Sie sich hin. Ich habe mit Ihnen zu reden. Oh, ich bin Zigeunerin, Mr. Hamm. Mein Vater hat uns nicht viel gelehrt, aber eins hat er uns eingeschärft. Weise Männer genießen die Freuden vor den Geschäften. Eine Devise, die mir einleuchtet. Ich dachte, Sie wollten was besprechen. Das hat doch noch Zeit. Ich war immer erst fürs Vergnügen und dann fürs Geschäft. Ich wette, Ihr Vater war ein weiser alter Zigeuner. Oh, den Film muss ich mir unbedingt ansehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020